So, hallo zusammen. Ich habe mich entschlossen, heute mal wieder einen kleinen Stream zu machen. Mir wird es gar nicht lange machen, ich werde einfach mal, ihr wisst ja, wie das funktioniert, einfach mal online gehen und gucken, dass man irgendwas cooles macht. Wir haben in den vergangenen Let's Plays oder Let's Codes, so wie ich es hier genannt habe, die ein oder anderen Sachen aus dem Tutorial angeschaut. Das heißt, ich will da jetzt gar nicht so sehr auf die Sachen eingehen, die wir beim letzten Mal gemacht haben, sondern jetzt heute mal so ein bisschen mehr auf diese, ich will es nicht Profi-Sachen nennen, aber Sachen, die man normalerweise macht, wenn man sich mal ein bisschen länger mit Ant-Me auseinandersetzt und sich die Frage stellt, was geht denn da noch alles? Und naja, da fallen einem so ein paar Kleinigkeiten ein. Zuallererst möchte ich euch mal zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe unsere Ameisen vom letzten Mal genommen. Das läuft jetzt alles noch, das kann man kurz zu. Die Ameisen vom letzten Mal genommen, also ganz oben stehen sie, die Pirameisen, nach wie vor unser Demo-Volk. Außerdem habe ich die Kasten wieder rausgenommen, also ich habe nur die Sammler drin gelassen. Warum eigentlich? Machen wir das mal wieder auf Default, weil ich mit unseren letzten Ameisen eigentlich schon ganz glücklich war. Das ist nur so, dass wenn man Kleinigkeiten zeigen möchte, mit einem Volk, das sich schon um quasi alles kümmert, zu zeigen ist ein bisschen schwierig. Ihr habt es ja gesehen, die Ameisen kümmern sich um Käfer, kümmern sich um Zucker, um alles Mögliche. Und wenn man da Kleinigkeiten zeigen möchte, dann ist das immer ein bisschen schwierig, weil die Ameisen halt alles Mögliche tun. Was ich übrig gelassen habe, ist das Gehe gerade aus, also das Erkunden der Umgebung, das Sammeln von Zucker und das Mitnehmen von Zucker. Also Markierungen sind weg, das Kämpfen ist weg, es ist alles weg. Zur Erinnerung, wie das wohl aussehen könnte, wenn das läuft. So schaut es aus, die Ameisen laufen rum und sammeln Zeug. Jetzt habe ich überhaupt keinen Plan eigentlich, womit ich anfangen möchte. Es gibt halt tausend Sachen, die man noch zeigen könnte. Ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir diverse Gewinnspiele gemacht haben und da Sachen kamen, da wärt ihr im Leben nicht drauf gekommen. Also mein absolutes Highlight ist immer noch der Ticketmanager, also diese zentrale Instanz dieses Managers von Arbeitspaketen. Also den werden wir uns vielleicht auch nochmal anschauen, wie das grundsätzlich funktioniert. Aber ansonsten, ja, es gibt diverse Optimierungsmöglichkeiten, wenn man so auf das Spielfeld guckt. Ich würde vielleicht mal mit etwas Simplem anfangen, und zwar der Tatsache, wie Ameisen sich fortbewegen. Wenn man nämlich mal schaut, wie die Ameisen hier ihren Weg zurück angehen, dann fällt einem auf, dass die so einen komischen Zickzackgang drauf haben. Zickzack ist grundsätzlich knuffig, das ist auch der Grund, warum die Implementierung da drin ist, dass es ein bisschen mehr nach Ameisen ausschaut, weil Ameisen ja eigentlich jetzt auch nie den geradlinigen Weg gehen, sondern wenn mehrere da sind, dann laufen die so ein bisschen ineinander. So, das ist aber allerdings ein kleines Problem, wenn man versucht, Performance zu optimieren. Das heißt, wenn man die Ameisen so schnell wie möglich zum Ameisenhügel bringen möchte, in dem Fall, wenn man nämlich zum Beispiel Zucker sammeln möchte. Und Zucker sammeln gegen Punkte, ich starte jetzt nochmal, das ist natürlich eine Frage der Zeit, weil das Standard-Setting des Spiels liegt nämlich bei 5000 Runden. 5000 Runden sind bei Normalgeschwindigkeit, also das sind normalerweise 15 Frames pro Sekunde, etwa 5,5 Minuten Simulation. Okay, ich habe es jetzt ein bisschen schneller gestellt, darum war die Simulation eben auch schon zu Ende. Aber das heißt, das Sammeln von Zucker geht auf Zeit. Und da ist es natürlich sinnvoll, diesen Weg, den die Ameisen hier beschreiten, in irgendeiner Form zu optimieren. Also mal ganz abgesehen von den Duftmarken natürlich und von allem anderen ist es natürlich sinnvoll, dafür zu sorgen, dass die Ameisen geradlinig nach Hause gehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum tun sie das? Es ist hart kodiert, ja, also das ist die Warum-Frage, die philosophische Warum-Frage, es hat jemand programmiert. Aber unter welchen Umständen tun sie das? Immer dann, wenn die Ameise mit dem Befehl Gehe zu Bau, zum Bau zurückgeht. Bemerkenswerterweise tut sie das nicht, wenn man mit dem Befehl Gehe zu Ziel die Ameise irgendwo hinschickt. Also wenn die Ameise beispielsweise an dem Punkt hier vorne, also wenn die Ameise hier den Zucker schon kennt, und das können wir mal zuvor vielleicht implementieren, damit man mal auch sieht, dass das funktioniert. Also eine Ameise, die den Zucker findet, kann die Referenz auf diesen Zucker speichern und kann dann hier vorne, wenn sie dann wieder nichts mehr zu tun hat, gucken, ob dieser Zucker noch existiert und dann da hingehen. Das wäre so das Erste, was wir vielleicht zusammen machen sollten. Das heißt, wir halten das hier alles mal an. Und jetzt machen wir dieses magische Speichern von Dingen. Also Ameisen können sich grundsätzlich Dinge merken. Das machen wir ein paar Sachen. Nein, das lassen wir jetzt einfach offen. Das machen wir, wie üblicherweise, mit Variablen. Das heißt, ich kann hier oben ohne weiteres eine Gehirnzelle anlegen, die irgendwas speichert. Ich weiß noch nicht, was sie speichern soll, aber in unserem Fall soll das der Zucker sein und der ist erstmal Null. Das heißt, die Ameise weiß noch nicht, wo Zucker ist. Sollte sie jetzt Zucker gefunden haben, das ist hier oben, dann geht sie, wie machen wir das, dann speichert sie diesen Zucker erstmal weg. Zucker. Jetzt sollte man natürlich den Datentypen einhalten. Das ist in dem Fall Zucker. Und dann können wir die unsere Variable auch so nennen. Zucker. Und die Ameise würde an der Stelle jetzt, Entschuldigung, wenn sie den Zucker findet, den Zucker als Referenz wegspeichern. Und jedes Mal, wenn die Ameise vielleicht wartet und ich weiß, was sie tun soll, könnten wir gucken, ob in diesem Zucker vielleicht irgendwas drinsteht. Also gucken wir, ob Zucker drin ist. Und sollte da ein Zucker sein, natürlich an und gleich, nein, das heißt, da steht was drin, können wir zu diesem Ziel hingehen. Das funktioniert auch per Remote. Also die Ameise muss diesen Zucker nicht unbedingt sehen, um das machen zu können. So, wie könnte das schon mal aussehen? Und wir haben jetzt hier übrigens auch noch kein globales Gedächtnis oder sowas verwendet. Das ist das, was die Ameise selber an Erfahrung mitbringt. Diese Ameise hier zum Beispiel. Ähm. Ja, das ist ja toll. Das funktioniert ja einwandfrei. Mal kurz gucken, was da los ist. Okay, es gibt Ameisen, die da reinlaufen. Hier zu Ziel. Mal weiter zugucken. Ah ja, jetzt funktioniert das. Ähm, wieder ein bisschen langsamer machen, damit wir das auch schön beobachten können. Also Ameisen, die mit dem Zucker zurückkommen, sind ja in der Regel die, die auch wissen, wo der Zucker ist. Das ist diese hier, Mode. Und die geht jetzt hier hin, gibt Zucker ab. Sollte sofort umdrehen, das ist sie noch nicht. Die braucht eine Weile, bis sie umgedreht hat. Das ist sie auch nicht. Ähm, tja. Mode. Hm. Das ist irgendwie... Das ist jetzt blöd. Mode ist verschwunden. Hm. Interessanter Effekt. Interessanter Effekt. Eigentlich sollte... Das ist ja peinlich jetzt. So, was ist da los? Ameisen speichern den Zucker. Ich werde mal kurz ausprobieren, was passiert, wenn man hier vielleicht eine kürzere Strecke eingibt. Das ist der Moment, wo die Ameise losläuft. Und, ähm, naja, in dem Moment, wo ich sage, gehe geradeaus, hat es ja schon was zu tun und fängt gar nicht erst an, auf den Zucker zu reagieren. Vielleicht ist das das Problem. Und ihr seht schon, mit so Kleinigkeiten fängt es schon an, kompliziert zu werden, was das Debugging angeht. So, wir haben jetzt... Hui. Oidoxia. Oidoxia kennt hoffentlich den Ort. Wir können jetzt natürlich parallel auch mal gleich den Breakpoint noch reinmachen. Irgendwas noch mal falsch gemacht. Das fängt ja gut an. Unvorbereitet in irgendwelche Let's Codes zu gehen. So. Wir haben jetzt also eine Ameise, die den Zucker gefunden hat. Wir können jetzt auch noch mal kurz reinschauen. Zucker, okay. Da gibt es tatsächlich Zucker. Ja, dann... Gehe doch da mal hin. Ah, ähm, tja. Super, Tom. Ich kann ihr natürlich sagen, gehe zu Ziel, aber anschließend darf ich ihr natürlich nicht sagen, dass sie gerade ausgehen soll. Das ist natürlich Quatsch. Das heißt, nur, wenn sie nicht weiß, wo Zucker liegt, kann sie gerade ausgehen. Dämlich. Wie dämlich. Anfängerfehler. Wirklicher Anfängerfehler. Und jetzt gucken wir ihr mal zu, was passiert. Immer ein bisschen gespalten zwischen schneller stellen und langsamer zum Zuschauen. So, jetzt geht's los. Bella. Bella geht zurück zum... Ah, jetzt ist unser Breakpoint angesprungen. Den wir jetzt nicht sehen können. Da. Ah, komm schon. Weil die Visualisierung auf Vollbild ist. Oh mein Gott. Tja. Schade. Schade, schade. Kein Breakpoint mehr. Ja, ja. Wenn ich nicht vorbereitet bin, dauert das ja alles ein bisschen länger. Aber ich glaube, es ist trotzdem schön zu beobachten, weil letztendlich sieht man dann natürlich ganz gut, was so die typischen Probleme sind, wenn man Ameisen programmiert. So, Mimi. Heute ist es Mimi, die den ersten Zucker gefunden hat. Mimi läuft zurück und im Idealfall dreht sie sofort um und holt beim selben Zucker wieder Zucker. La, 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 la. So, sie braucht ein bisschen, bis sie umdreht, aber da ist Mimi wieder. Und Mimi läuft jetzt sehr zielstrebig auf unseren Zucker zu und ja, hat wieder Zucker geholt. Das heißt, das hier funktioniert schon ziemlich gut. Allerdings hat es ein paar Seiteneffekte, wenn man das nämlich jetzt mal etwas schneller laufen lässt. dann stellt man fest, das funktioniert super, weil die ersten Ameisenhügel, die Zuckerhügel, die gefunden werden, relativ schnell abgebaut werden. Allerdings ist es jetzt so, dass Ameisen grundsätzlich immer zu diesem Zucker hinlaufen. Auch wenn er leer ist. Das heißt, wenn das jetzt hier eine Weile läuft noch, werden wir gleich sehen, dass diese Ameisen na, ja, okay, na, das ist ein bisschen, aber ihr seht den Effekt. Es gibt diese Referenz auf diesen Zucker noch, allerdings ist der Zucker leer und alle Ameisen, die diesen Zucker bisher gesehen haben, laufen jetzt hier hin und bleiben hier, weil, oh, 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 ein Festmahl für den Käfer. Ein Festmahl für den Käfer. Ja, und ihr habt gesehen, was passiert. Die Ameisen laufen dahin, obwohl der Zucker schon weg ist und bleiben dort stehen, weil sie eben genau hier in diese Endlosschleife laufen, nämlich, sie haben diesen Zucker hier als Referenz. Der Zucker ist zwar leer, aber ich habe hier gesagt, geht zu Zucker, wenn der Zucker, wenn du den Zucker gemerkt hast. So, das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen ausmerzen, das ist gar kein Problem. Wir können hier nämlich diese Abfrage einfach erweitern, wenn wir die Applikation anhalten. Übrigens, klassischer Fehler, wenn die Applikation noch läuft, vielleicht die Simulation zu Ende ist, aber man lostippen will, dann geht das nicht, weil die Applikation selber noch läuft. Also, wenn die Fehlermeldung kommt, ihr die Applikation zumachen und alles ist gut. Okay, wir erweitern unsere Abfrage hier. Wir können nämlich sagen, der Zucker, wir haben ja einen Zugriff auf die Menge, der Zucker soll gefälligst auch noch irgendwas haben. In dem Moment, wo der Zucker leer ist, ist diese Menge 0 oder kleiner 0, sehr wahrscheinlich 0. Ich erweitere die Abfrage also darauf, dass ich frage, ob da noch was drin ist im Zucker. Und das Schöne daran ist jetzt, wenn ich sage, geh zum Zucker, dann läuft die Ameise da zwar hin, aber sie freest nicht mehr fest, weil in dem Moment, wo der Zucker alle ist, hier automatisch in die Gehgeradeaus-Methode ausgewichen wird. Ich mache das hier mal wieder klein, weil diesen Debug-Kram, ich will nicht schon wieder in diesen Lock da reinkommen. So, das dauert immer ein bisschen, aber ihr werdet gleich sehen, die Ameise läuft zwar, also die letzten Ameisen, die gerade am Hügel fertig sind, oder am Ameisenhügel fertig sind, bevor der Zucker weg ist, die laufen noch hin, weil der Zucker zu dem Zeitpunkt, wo sie hier die Entscheidung getroffen haben, ja noch da ist. Allerdings werden die dann, wenn sie beim Zucker ankommen, feststellen, der ist nicht mehr da und gehen dann ihres Weges und suchen dann weiter. Immerhin. Also die laufen dann zwar trotzdem umsonst dahin, aber wenigstens bleiben sie nicht einfach da stehen. Also diese Ameisen laufen dahin, man hat es gesehen, stellen fest, der Zucker ist leer und suchen dann irgendwas anderes. Und in dem Fall hat der Zufallsgenerator gerade entschieden, der Zucker kann in der Nähe wieder aufstehen und die Ameisen haben erfolgreich ihren Zucker dann woanders gesammelt. Gut, das ist so der erste Schritt, den man geht, um die Ameisen beim Gehen zu optimieren, also dafür zu sorgen, dass sie nicht zickzack laufen. Ihr habt es jetzt auch gesehen, beim Weg zurück laufen die Ameisen oder beim Weg hin laufen die Ameisen auch im Zickzack. Das heißt, immer dann, wenn ich sage, gehe zu Ziel, habe ich vorhin ein bisschen Blödsinn erzählt, immer dann, wenn ich sage, gehe zu Ziel, laufen die Ameisen zickzack zu diesem Ziel hin. Da, da sieht man es, die laufen trotzdem zickzack. Das sieht zwar natürlicher aus und knuffiger, ist aber eine reine Zeitverschwendung. Deshalb müssen wir jetzt mal dafür sorgen, dass wir die Methode gehe zu Ziel ein bisschen optimieren. Das kann man nämlich tatsächlich machen. Mit ein paar einfachen Mitteln kann man dafür sorgen, dass die Ameisen geradeaus gehen. Man muss das halt wissen, weil es gibt die Alternative. Es gibt nämlich die Möglichkeit, zu sagen, ich kenne das Ziel sehr genau und ich kenne die Entfernung zu diesem Ziel und kann die Ameise dann gezielt hinsteuern. Kurz die Alternative implementieren. Ich werde es auch gleich mal einen vernünftigen Ansatz wählen. Ich werde hier unten nämlich einfach eine eigene Methode implementieren. Die heißt, gehe zu Ziel optimist. und gebe ein Ziel an. Ich weiß gar nicht, was die Basisklasse ist. Das kann man auch ganz einfach rausfinden, indem man halt mal so eine Markierung zum Beispiel anschaut. Ah, Spielobjekt. So, Spielobjekt ist das, was wir brauchen. Das ist der Datentyp unserer Methode. Spielobjekt, Objekt. Na, das geht aber auch nicht. Spielobjekt. So. So, jetzt haben wir nämlich ein paar ganz, ganz spannende Hilfsmethoden, die uns dabei helfen. Es gibt nämlich eine Klasse, die heißt Koordinate und über Koordinate kann ich rausfinden, in welche Richtung das entsprechende Objekt liegt und in welcher Entfernung das zu finden ist. Also in dem Fall habe ich jetzt hier eine bestimmte Richtung und jetzt kann ich zwei Spielobjekte angeben. Das ist zum einen, also ich kann nicht nur die Entfernung von der aktuellen Ameise zu irgendwas rausfinden, sondern ich könnte jetzt hier zwischen zwei verschiedenen Spielobjekten die Entfernung berechnen, zum Beispiel den gespeicherten Zucker, den ich oben habe oder dem Spielobjekt, das ich jetzt mitgebe. Aber in unserem Fall will ich die Entfernung von this und das ist die Referenz auf die aktuelle Ameise und dem Spielobjekt erkennen. So, das heißt, ich habe hier schon mal eine Distance. Distance wird gemessen in Ameisenschrittchen. Das ist auch die Maßeinheit, die ich eingebe bei g geradeaus. und außerdem kann ich jetzt über Koordinate bestimme Richtungen rausfinden, in welcher Richtung, also in welcher Himmelsrichtung das Ganze liegt. Das ist eine absolute Gradangabe. Spielobjekt, Angle, so, und jetzt kommt der Trick an der Sache. Ich kann der Ameise über gehe oder drehe, drehe in Richtung und gehe geradeaus, Distance, sehr genau sagen, in welche Richtung sie gehen muss. Es gibt da so ein paar Abweichungen, weil die Objekte bei der Bestimmer-Entfernung-Methode zum Beispiel nicht das Zentrum des Objektes nehmen, sondern das Zentrum bis Zentrum und abzüglich der beiden Radien der Objekte. Das führt zu ein paar Ungenauigkeiten, aber verkraftbar. Also das funktioniert relativ gut trotzdem. So, achso, ich muss es natürlich noch benutzen. Das heißt, überall da, wo ich gehe zu Ziel benutzt habe, benutze ich jetzt gehe zu Ziel Optimized. Das war zum Beispiel hier oben, gehe zu Ziel Optimized Zucker, gehe zu Ziel Zucker. Was jetzt hier noch nicht funktioniert, ist gehe zu Bau und das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Aber wir gucken uns schon mal an, die Früchte unseres Erfolges, wenn man nämlich die ersten Ameisen fährt dann nochmal. Tja, sehr gut, dass das hier auch schon so super klappt. Was genau war das Problem? Achso, natürlich, ich Idiot. Das Problem ist, dass die Ameisen, die irgendwann bei Ziel erreicht ankommen wollen, müssen auch tatsächlich das Ziel Zucker haben. In dem Moment, wo wir Optimized verwenden, hat die Ameise immer noch kein Ziel. Also da müssen wir jetzt aufpassen, weil die Ameise jetzt natürlich bei solchen Abfragen hier trotzdem auf das Ziel reagieren würde, weil sie ja mit Optimized losläuft und Optimized nicht dafür sorgt, dass es ein Ziel gibt. Alsobald es ein Ziel gibt, läuft die Ameise zickzack. Ich muss also an der Stelle das Optimized wieder rausnehmen, weil da sind wir schon in der Nähe des Zuckers und hier müssen wir wirklich das Ziel festlegen. Ansonsten kriegt die Ameise Probleme und findet den Zucker nicht wirklich. Okay, neuer Versuch, Entschuldigung, mein Fehler. Jetzt funktioniert das auch wieder. So, und Ameisen, die zurücklaufen, ihr seht das schon, die schießen hier pfeilgerade auf den Zucker zu und haben somit enorm viel Zeit gespart. Und es ist wirklich viel Zeit, also unterm Strich lohnt sich das. Die sind, tippe mal, auf 15 bis 20 Prozent schneller am Zucker. Das Problem ist jetzt nur, dass sie auf dem Rückweg das Ganze noch nicht machen. Also auf dem Rückweg laufen alle noch zickzack. Das müssen wir jetzt irgendwie noch in den Griff kriegen. Und das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Untertitelung des ZDF,